Und weiter geht's in der lustigen Minecraft Session. Diesmal zu sechst. Richtig, wir haben noch zwei klargemacht. Es werden immer mehr, wie ungeziefer. Genau. Einmal der Revoltec. Wer das LS-Let's Play geguckt hat, von vor ein paar Monaten. Genau, der könnte sich vielleicht denken, wer es ist. Sag mal Hallo. Hallo. Und den hier ohne Einschmann. Genau, den Papzl-Account kennt ihr ja schon von dem Gastauftritt von Max. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht Max. Ne, das ist nicht Max. Den haben wir jetzt erst mal leihweise. Wir können ja mal reinhören. Hallo. Ne, hört sich anders an. Gut. Also wir haben jetzt den Account erst mal leihweise genommen. Sie wird sich auch noch später dann einen Account zulegen. Und ja, wie gesagt, beim Revoltec den Skin, den werden wir demnächst noch ändern. Und bei der Jasmin werden wir dann halt schauen, dass wir bei ihr dann auch noch ein Account und dann halt auch den Skin anpassen. Nur damit ihr Bescheid bist. So. Jo. Ihr zwei kennt ja die Map schon, ihr zwei mittlerweile auch. Jeder an die Arbeit. Richtig. Ich gehe mich ertränken. Also, wie gesagt, Marc, Bauplatz suchen, anfangen zu bauen. Jasmin, du auch. Genau. Simon hat da hinten angefangen. Wie gesagt, falls ihr Hilfe braucht, haben wir beim Simon und beim Jo. Nass. Genau. Genau. Beim Jonas auch gesagt, wenn Hilfe gebraucht wird, bescheid sagen. Ja, ich darf jetzt eh wieder erstmal farmen gehen hier. Ey, der Haus da oben passt da mal richtig geil hin. So auf den Berg. Das sehe ich jetzt gerade erstmal. Oh, Kettenrüstung. Weil ihr jetzt vorhin gerade nicht so drauf geachtet habt. Passt mal gut hier hin. Der hat ne Kettenrüstung vorhin. Der hat ne Kettenrüstung vorhin. Das einzige, was wir später dann noch machen müssen, bevor... Hier vorne die Ecke noch ein bisschen mit Erde auffüllen, was? Ja, das mache ich schon dann noch, aber... Ja, ne, aber so passt es gut hin. Kann man nehmen. Oh, komm, das muss ich mal zeigen. Ich werde mal hinten meine beiden Löcher, die von dem Creeper, äh, hingelegt, hab mal zuflicken, ne? Micha, wo bist denn hin? Ich will jetzt hinten zur Baumfarmen, da wo die beiden Creeper hochgegangen sind erstmal. Ja, komm halt dann. Ja gut, dann eben nicht. Wo bist du? Ich war beim Jonas oben. Der Zombie, der uns da begegnet ist, hat ne Kettenrüstung fallen lassen. Achso. Ja, ne, ich hab ja Rüstung. Gibt's denn lieber den Jonas oder so? Ja, die hat er ja auch. Achso, ja. Nur, ne? Weil du letztens gefragt hast, wie man die macht. Ja, genau da. Ja, das wusste ich halt. Ich hab gedacht, die kann man auch irgendwie bauen. Ah, ich kann überhaupt nicht mehr springen. Das Problem ist, äh, Felix, du kannst mal noch zwei Betten bauen. Ja. Mach ich sofort. Stell's dir halt bei mir hinten in den Lagerraum rein, da in den Land. Nein. Erstmal. Ja, erstmal, weil ihr eh bei mir in der Nähe beim Baum sind. Jo. Schaufel. Jo. Da die genutzt. Dankeschön. Ich baue aber gleich noch ne neue, kannst du ja die haben. Jo, danke. Jo, kein Ding. Wir haben kein Holz mehr. Das ist voll verwirrend, dass das Holz jetzt da hinten steht. Fuck nicht. Aber kein Stein mehr. Ja, Stein haben wir genug im Lager. Wenn du was brauchst. Richtig, Jo. Ich brauche jetzt im Moment mal keins mehr, aber guck mal, ich schmeiße da mal schnell die Holzstaufel hin und jetzt hole ich mal schnell Stein. So. Mal gucken, wo der... Baaah, jetzt kommt auch noch ne Bitch an. Die Bitch ist nackt. Sauber mal Lager, wo war Lager wieder? Ganz schwierig. Hier, ne? Lol, die hat mich noch nicht mal angegriffen. Hat die wenigstens mal ordentlich fallen lassen? Nö. Scheiße. Naja, so sind sie. Ah, da muss man sich jetzt erstmal durchkämpfen hier. Ja, jetzt halt hier. Durch die drei Kisten? Ja. Gut, ne? Sehr gut. Mal ohne Beschriftung. Perfekt. Zwei Betten sind fertig. Ach, da ist das zweite Loch. Einmal Lieferung für Red Dragon. Ja, du stellst bei hinten, wie gesagt, hinten das Zimmer rein. Oh ja. Ja, die ja eh bei mir in der Nähe bauen, da haben sie es dann nicht so. Boah, ist das ein komfortelles Zimmer. Boah, ist das ein komfortelles Zimmer. Juhl, geh dir übelst ab. Ey, ich hab für auch noch kein Bett, ne? Äh, hier, schau mal, wau mal. Ey, du kannst hier eins aus dem Gästezimmer holen. Lol, ein Zombiekind, was eben auf dem, auf dem Huhn geritten ist. Was? Wenn du was noch was brauchst, sag Bescheid. Ich hab zwar auch nicht viel, aber... Jo. Felix, hast du ja den gehört? Ähm, ja, du, bei dir ist schon mal ein Zombiekind auf den Huhn geritten. Ja. Alter! Oh, verzaubert der Bogen. Ich brauch's zwar keinen mehr, aber kannst du was denn fallen lassen. Ach, Dreckse. So, erstmal fix. Ähm, Jonas und Simon, wenn ihr Betten haben wollt, ne? Ihr holt euch einfach die aus dem Gästehaus. Genau. Ah ja, okay. Die sind quasi extra für euch. Ah ja, okay, danke. Also wenn ihr dann so weit seid, dass ihr in eurer Hütte schlafen wollt. Ja, ja, ich mein, der ist ja soweit schon, wann er fertig ist, dass sie zumindest funktionsdüchtig ist. Genau. Äh, unsere anderen beiden neun, die sagen mal gar nichts. Ne? Äh, hier, du wolltest ja was sagen, der Marc. Aber du hast ihm natürlich wieder ins Wort geredet. Echt, ey. Ey. Ne, wo ist denn das Lager bei euch? Ähm, das ist... Warte, wo bist du gerade? Warte, er ist neben mir, ich zeig's ihm schnell. Das ist beim Lagerfeuer gegenüber. Blubbidi blubb, komm, hört man mal. Genau, da ist das Wort Lagerfeuer passend. Hahaha. Ja, was denn? Ist das ein Feuerfeuer? Ja, das Lager... Das Lagerfeuer ist am Lager, da wo's hingehört. Genau. Hier, da drin ist Lager. Muss ich nur zurechtfinden, aber... Ja, das ist so gut wie... Ja, das ist so gut wie... Ja, nochmal ein wenig Sucherei, das müssen wir dann noch beschriften. Zurechtfinden ist so gut wie unmöglich. Äh, wie schaut's aus? Wir sind ja eh gerade alle so halbwegs aufm Haufen fix schlafen gehen. Was haltet ihr davon? Bin ich voll dafür. Gut. Dann hol ich mir nur noch schnell mein Bett ab. Ja, mach das. Mach ich auch gleich. Pack's mal meine Bude. Marc, Jasmin, äh, bei mir im Haus eigentlich. In eure Betten. Erstmal. Eigentlich? Ja, die stehen hier. Aber nur eigentlich. Wo ist dein Haus? Ey, wo ist mein Bett? Das ist vorne, wo dein Baugrund ist, gegenüber vom Lager. Jonas? Ich probier's auch nicht. Hinter dir. Eieieiei. Da, das ist mein Haus. Nimm da einfach mein Bett weg. Neul. So, hab ich praktisch mal die Rose weggekloppt. Ich komm auch mal. Ja, Marc weiß ja wo, ne? Bei mir. Äh... Bist du da? Ja. Äh... Wo bist du? Lagerfeuer. Ja, hier von drüber. Genau, da steht er. Oh, halt, ich sollte vorher noch meine Türen zumachen. Wär angebracht, ne? Ja. So. So. Hier hinten. Hier. Stehen eure Betten. So, ich mach mal hier Hintergrundmusiknummering an. Ab da wenigstens erstmal ein Spawnpoint. Jo. Das ist meins. Rechts. Rechts in der... Nein, da hinten. Das ist meins. Raus aus meinem Schlafzimmer. So. Gut. Jetzt liegen wir alle. Dumm, 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 dumm. Dumm, 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 dumm. So, jetzt geh ich nochmal auf. Hey, was hatten die hier? So. Also, wie gesagt, wenn einer Hilfe braucht Bescheid haben. So. Hat einer Lust mitzukommen, mir Sand zu suchen? Sand? Ja, ich komm auch mit. Ich hab sogar noch ne Eisenschaufel. Weil wir müssen uns echt mal ne... ne Wüste suchen. Weil wir viel Sand fahren können. Ähm, wenn ihr... Geht weiter, ne? Wenn ihr eine Spitzage braucht, mach mal so. Geht weiter, ne? Bei mir an der Tür in der einzelnen Kiste. Ich hab mir grad eine gebaut. Okay. Ähm, Marc... Ach, äh, Marc sei schon, äh, Felix soll ich mitkommen? Das kannst du gerne machen. Ja, warte mal, ich muss kurz nochmal gucken, wegen ne Schaufel dann. Wo hast du genug? Ich hab nur schnell die Koordinaten hier von uns. Boom. Ich würde mal sagen, das war ein Creeper. Also bei euch im Lager findet man nur leere Türen oder... Ja, ganz oben sind nur leere Türen. Wie, war das bei dir? Ja. Okay, war nur auf ein leeres Stück Baugrund, der Creeper. Weil es ist nämlich kein Stein. Stein ist hier vorne. Hier, da. Ist zwar nicht viel, aber... Stein gibt's da. Hier oben hab ich's auch nicht gesehen. Ja, oben hängen auch welche. Ja. Ähm, Schaufeln. Habt ihr Öfen? Ähm, ja. Draußen vor der Tür, oben und unten. Draußen? Ne, oben. Hängen da oben zwei. Oder wenn du an der Seite vorbeigehst, sind da hinten in der Außenküche auch welche. Felix, wieviele Schaufeln? Ah, gut. Danke. Äh, ich... Deine Sache. Ja, ich nehm mir erst mal fünf Stück mit. Pfff. Äh, ich würde aber aufpassen, dass dein Inventar auch leer genug ist, damit du da... Ja, das ist so gut wie leer. Sand mitnehmen kannst. Ja. Dass das in der Inventar voller Schaufeln ist und kriegst du keinen Sand mehr mit. Ne, ne. Das ist nicht. Achso, ne Feldhage hab ich noch. Die lassen wir mal hier. Mit Kohle sieht's bei euch schlecht aus, oder? Ähm, ein bisschen was ist im Lager und vorne die erste kleine Kiste. Ah, gut. Hab's getendet. Sehr gut. So. Mein Inventar ist so gut wie leer, sind nur vier Plätze belegt, oder May sagt fünf mit Schwert. Okay. Ich versuch zumindest so ein bisschen mal mein Zeug geordnet in die Kisten reinzupacken im Lager. Mh. Ja, wir müssen demnächst mal ein paar Schilder bauen. Oh ja. Was kommt raus? Glas, Glas. Das hat mich nicht glücklich. Ne, Glas hat man nicht. Ah, hier hatten wir Glasflaschen. Da wollte ich hin. Ähm, da kommt's nix mal mit rein. So. Da. In welche Richtung wollen wir uns denn begeben dann? Keine Ahnung. Wollen wir einfach mal Richtung Baum fahren und dann geradeaus durchjachten? Mal gucken, wo wir da hinkommen? Können wir schon mal. Okay. Die Eier zerschlagen oder behalten? Äh, in die Kiste reinpacken. Da, wo du die Kohle rausgenommen hast, da in eine von den Kisten. Gut. Wo bist du? Hinten bei der Hühner? Ja. Bin grad mal gucken gewesen. Hier, schau mal kurz. Ja. Hier in die Kiste. Abgesehen. So. Blumen kommen hier rein. Okay. Ah, sexy. Sogar verzaubert das Ding, ne? Ja. Geil. So, kommst du auch mit, oder was? Ja, ich komm auch mit. Cool. Sind wir zu drinnen? Ja, ich werd noch schnell mein Zeug hier wegpacken, damit mein Inventar leer ist. Ja, ich hab noch 16 Kuchen im Inventar. So unterwegs dann. Müssen lassen. Woher hab ich den? Klub. Wieder aufgenommen. So. Wo ist denn der Felix? Ach, da hinten. Jo, ich bin schon da. So, dann gehen wir mal hoch. Äh, Felix, oben über ins Steg Richtung Dings, dann sind wir schon ein bisschen vorne, ne? Ja. Ich bin direkt hinter euch. Ach so, okay. Dann würd ich sagen, jagt mal einfach mal geradeaus und gucken, oder? Jo. Ah, da ist einer am Baumfarmen. Perfekt. Hi, Simon. Hallo. Wo Holzlager ist, weißt der, ne? Jo, ich brauchst du jetzt im Moment grad selber. Ach so, ja, okay, gut. Wärte sein können, dass du für die Allgemeinheit abgefarmt hast. Ja, das dann auch, wenn was übrig ist, aber ich will nochmal erstmal mein Haus fertig bauen. Ja, ist okay, ich mach. Wo seid ihr? Direkt da. Direkt da. Direkt da. Wenn wir dich nicht, wenn wir dich nicht mehr sehen, dann sag ich schon Bescheid. Okay. Einfach mal quer rüber, oder? Vielleicht bin mal da was. Jo. Wir laufen jetzt eigentlich Richtung Sonne, ne? Sonnenaufgang. Ist ja nicht da drüben? Boah. Lässt du hier raus? Wupp, wupp, wupp. Wupp, wupp. Was denn? Reingefallen? Aha. Wir haben extra noch hingeguckt, damit ihr es seht. Ich bin schon da. Gut. Ich hab ja genug Schaufeln dabei. Genau. Wartet mal kurz. Ja. Der Windows Media Player ist grad etwas laut. Okay. Ähm, hier unten ist schon ein wenig Sand. Ein kleines bisschen wollen wir das gleich mitnehmen, oder lassen? Naja, bevor wir die Landschaft ruinieren. Lassen. Okay. Ja, ist doch was der Büste. Ja. Würde ich auch sagen. Okay. Die anderen beiden sind ruhig. Ja. Ja. Du kannst ruhig was sagen. Ja, ja. Wir können ruhig nebenbei labern. Hallo, 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 hallo. Ich muss mich auf den Sparen. Ich muss mich auf den Sparen. Hallo. Hallo. Hier ist Wasser. Da drin ist. Mockit. Wo ist Cola? Ähm, da vorne an der Kiste. Alter, du kannst alle. Von dir? Ja, die sind alle im Ofen, weil Gott Stein drin. Ach so. Jo. Wie viel brauchst du? Jasmin, wie viel? Cola? Naja. So viel habe ich auch nicht, aber... Egal, Hauptsache was. Gut, wo bist du nur? Ach, da hinten stehst du. War ja vor der Ecke. Ja, ja. Ja, schön. Für ein paar, für ein paar, für ein paar Fackeln lang zu. Ja. Da willst du ja Fackeln bauen. Denke ich jetzt mal. Keine Ahnung, was wir da machen. Danke. Bitte. Oh, nicht so viel jetzt. Ah, Felix, hast du dich hier gesehen? Am Wasser? Ja. Das ist doch alles nur... Mist. Genau. Das kannst du doch nicht als Sand verkaufen. Da kann ich ja gar nicht hoch. Na, nicht dann am Sand, äh, am Wasser den Sand, sondern den Riss, der da war. Ach so, der war ein Riss? Ja. Ja, so rennst du durch die Kante. Ja, ich hab nur Sand vor Augen. Und wenn der eben nicht da ist, dann renne ich da vorbei. Habt ihr irgendwo Holz zu liegen? In dem Holzhaus. Jetzt müssen wir halt wissen, wo das ist. Holzhaus. Das Holzhaus besteht? Wenn du nicht aus Holz besteht, ne? Wenn du über die Brücke gehst. Also von der Futter-Ecke aus direkt einmal quer über die Brücke. Seid ihr jetzt lang? Das Holzhaus. Ne, das ist das... Das ist Simons Haus. Ähm, wenn du über die... Zum Futter-Ecke gehst. Ab da hinten, ich seh euch. Genau, da gehst du über die Brücke. Gerade aus drüber. Ist das das Haus aus Holz? Ja, genau. Das Haus aus Holz.